Hallo? Wer bist du denn? Thaddeo. Randersager. Mit 2G. Dein Neffe. Thaddeo? Schösserchen! Thaddeo und ich, wir werden jetzt erstmal bei dir einziehen. Geht! Weißt du, wie ich ihn erzählen soll und mit sich rumträgt? Die ganze Kleinstadt! So, bitteschön. Lass es dir schmecken. Frisch gemolken, heute früh. Das Infektionsrisiko bei Fessea von Ruhmilch ist 840 Mal größer als bei herkömmlicher Milch. Was machst du denn hier in der dunklen Stube? Wie bitte? Was machst du hier im Dunkeln so alleine? So eine Superoptima für einen Hauttipp. Ja, aber Thaddeo, du sitzt hier immer alleine rum. Willst du nicht mal mit deinen Klassenkameraden draußen spielen? Wie bitte? Newton ist eigentlich ein Begriff, oder? Ist total simpel. F ist G mal Klein-M mal Groß-M durch R hoch 2. Deshalb fällt der Apfel zu Boden. Logisch, oder? Aber wisst ihr, was passieren würde, wenn die Erde nicht mehr mit 30 Kilometer pro Sekunde des Alts aus, sondern still steht? Dann würde der Apfel jetzt schweben. Weißt du, wer hier gleich schwebt? Und dann geht's los. Was? Fronja! Fronja! Thaddeo, was machst du da? In einen Steilnitz und um Hilfe rufen. Ich kann zwei in zwei zusammenzählen. Ah ja, und du meintest ein 4 oder 5 minus 1 oder 8 geteilt durch 2, oder was meinst du genau? Du misst jetzt meine Kuhstall aus, aber subito. Was? Warum denn jetzt ich? Kuhstall ist da lang. Fuck. Hast du gerade fuck gesagt? Ich? Nein! Okay.